Hallo und herzlich willkommen bei Plants vs. Zombies Teil 2. Wir sind in Welt 1 Nummer 4 und wir haben jetzt gerade diese nette Pflanze hier freigeschaltet, die mehrere in der Reihe trifft und wir schauen uns mal jetzt Level 1, 4 an. Mal sehen, was da auf uns zukommt. Keine Sonne noch vor der Licht, die Pflanzen kommen bei Sonderlieferung. Das heißt, die Pflanzen kommen bei Sonderlieferung. Ach, mit der Turboschaltfläche geht alles schneller. Schnellere Sonnen, schnellere Pflanzen, schnellere Zombies. Okay, danke, dass du mir das sagst. Brauche ich allerdings jetzt gerade nicht. Okay, wir haben wieder so ein Speziallevel. Okay. Wir haben wohl offenbar hier ein wunderbares Level. So, komm, Pflanzendünger. Da auch noch einer. Oh, ich will keinen Sandsturm. So, da ist auch noch einer. Den setzen wir lieber mal hier hin. Nein, 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 nein. Ach, so läuft das mit der Reihe. Okay, verstanden. Okay, den spare ich mir lieber noch. Den setzen wir einmal hier hin. Okay, einmal hier. Komm, ich brauche noch ein paar extra Pflanzen. Da noch einen Kohlkopf. Okay, wir können auf irgendeinen losgehen. Da auch noch einmal. Oh. Oh, der ist ja geil. Okay, da weiß ich schon, welchen ich jetzt öfters nehmen werde. Eindeutig den Kohlkopf. So, hier gibt es nochmal ein bisschen Dünger. Müsste eigentlich auch so reichen. Wieso klappt der eigentlich hier nicht mehr so gut wie früher? So, Goldmünze ist da. Oh, ich schalte einen Weltschlüssel frei. Was haben wir hier bekommen? Okay, wir haben wieder was bekommen. Das war Level 1, 4. Also auch noch recht human eigentlich. Kann man so lassen. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Und kommt noch eine Nachricht? Nee, kommt nichts. Wir haben nur das Einmachglas bekommen. Also dann bis morgen zu einer neuen Runde. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.